Dieser neue Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Acht Personen haben in diesem großen schwarzen 5-türigen Wind Platz. Der Van verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, elektrische Sitze, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis